Heute ist der 15. Dezember 2009. Der John ist am ersten Mal ein Laufagel. Vier Monate und fünf Tage. Das ist schon weit von raus. Söpfer, Schraub! Das ist ein Laufagel. Tschüss! Mal ist die Mama! Was ist das, Inspekt? Ist das bei euch raus? So. Jetzt kannst du die Finger noch nicht steilen, ha? Die Finger noch nicht bewegen. Gar noch. Ja. Ja. Tun Sie mal wieder, ha? Tchön. 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 Ja, das ist doch schön. Was haben wir? Bokra. Ja? Ja.